Willkommen zurück zu Legend of Mana und ja, im letzten Part habt ihr ja gesehen, sind wir in der, äh nein, nicht die Wüste verlassen, ich wollte in die andere Richtung. Ein bisschen verwirrt bin ich schon manchmal. Äh, wir wollen jetzt helfen, jemanden zu vernichten. Frau Catenia ist hier entlang gegangen, du solltest dort drüben nachsehen. Er lügt, sie ist nicht dort entlang gegangen. Du bist der Lügner, natürlich ist sie hier entlang gegangen. Du weißt, dass das nicht stimmt, sie hat definitiv diesen Weg hier genommen. Lügner, Lügner, Lügner. Bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Du bist ein Herrn Mephian, das ist klasse, oder? Ha, du sprichst wohl von dir selbst. Na, wie schmeckt dir das? Ach ja? Aua, meine Ohren. Wir lassen die jetzt einfach mal laufen. So. Also. Ich hab ja jetzt gelesen, dass man hier entsprechend irgendwie sich ducken kann. Wo ich noch nicht weiß, wie, aber man kann sich anscheinend irgendwie ducken. Jedenfalls habt ihr das in den Kommentaren geschrieben. Und dann kann ich irgendwie einen Angriff lernen. Okay. Bin ich dabei, einen Angriff zu lernen? Aber irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich mich ducken kann. Ich kann abwehren. Aber mehr kann ich noch nicht, nee. Was ist denn mit dem passiert? Oh, das sind Bomben. Naja, schlag du mal zu. Genau, treff mal. Soldatenhelm, ja. Hier kann man aber nirgendwo oben lang, ne? Gut. Man muss hier alles echt durchsuchen, wo es geht. Die Frage ist, wo ist der langgegangen? Kannst du hier nicht durch. Dreh um und geh zurück. Vorbeidrängen. Jugend von heute, das wirst du bereuen, Kleiner. Jetzt lässt du die Macht der Zwillingsschrecken kennen. Nimm das, das, das und das. Und das, 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 das und das. Ah, okay. Hey, ihr zwei, habt ihr euch um den Frau Katjas Schoßhündchen gekümmert? Jawohl, Sir. Wir haben ihn in diese Richtung geschickt. Das ist der richtige Weg, ihr Dussel. Äh, naja. Nächstes Mal haltet ihr ihn um jeden Preis auf, klar? Jawohl, Sir. Moment. Ich bin doch nicht das Schoßhündchen. Bin ich jetzt das Schoßhündchen? Bin ich das Schoßhündchen? Nein. Ich weige mich, ein Schoßhündchen zu sein. Okay, 20 Lupe. Ist ja schon mal schön. Da kann ich auch nicht lang. Ah, da oben kann ich lang. Haha. Ähm. Will ich speichern? Eigentlich nicht. Hier kann ich auch nichts machen. Nope. Also kann ich nur darunter. Nördliche Düne. Äh. Wieder Krachpum enden, oder wie die heißen. Wieso hat der Typ jetzt einen Stuflaufstieg? Kann man ihn eigentlich irgendwie aufladen? Nee, ne? Also. Früher war es ja möglich in Ziegelt of Mana 1, also Ziegelt of Mana, dass man halt die Taste gedrückt hält und dann hat er den Schlag aufgeladen. Dann wurde der Schlag ja irgendwie ausgetauscht und, äh, ja. Äh, ja, hallo? Dieser Weg ist versperrt. Nimm eine andere Route. Geh endlich um. Du willst einfach mit dem Kopf durch die Wand, was? Jetzt musst du in Schwierigkeiten. Erledigen wir sie. Ja! Was soll denn das? Hey, warte auf mich. Oh, ich hab's geschafft. Mein Fianz ist so stark wie zwei gewöhnliche Zauberer. Du solltest deine Ausrüstung überprüfen, bevor du ihm entgegentrittst. Ja, was willst du mir damit sagen? Kann ich denn mit dir reden, oder? Bist du bereit? Äh, ja, bereit. Alles klar, gehen wir. Sind wir jetzt zu dritt? Cool. Mein Fianz? Katinia, es freut mich sehr, dass du gekommen bist. Egal, was du machst, hör auf damit und gib das Zauberkompendium zurück. Äh, Kompendium, ach, der Wälzer, den hab ich entsorgt. Was? Ein recht nützliches Buch, würde ich sagen. Ich hab mir seinen gesamten Inhalt eingeprägt. Möchtest du die Geburt eines Sterns miterleben? Willst du einen erschaffen mit dieser Maschine? Nicht nur das. Ich beabsichtige, über die Laufbahn der Sterne zu bestimmen. Nein, das wagst du nicht. Ach, und ob ich das wage? Ich werde alle Sterne vom Himmel stürzen lassen und diese Welt zerstören. Das lasse ich nicht zu. Du kannst mich nicht aufhalten. Wow. Äh, ja, wow. Schon ist sie weg. Blähschlag, komm. Boah, die hauen ja mal rein. Nee, nee. Oh. Schön, dass du getroffen hast. Und immer schön wieder Abstand nehmen und... Oh, verdammt, er hat mich erwischt. Blähschlag! Haben wir einen jetzt erwischt? Oh, einen haben wir. Gib mir die Erfahrungspunkte. So. Und... Wieder anstürmen. Und wieder an... Och, Mann. Hey du, alles in Ordnung? Er hat versucht, mich aus der Wüste zu schleuern. Wir müssen ihn aufhalten. Mögen die großen Darbieter... Darbietung aller Zeiten beginnen. Nein! Wir sind zu spät. Wow. Ein Feuerwerk. Okay. Akzeptiere ich ein Feuerwerk. Hä? Äh... Das war ehrlich gesagt sehr beeindruckend. Hier, nimm das. Vorallenleuchter. Okay. Ja. Ja. Ernsthaft? Es ging jetzt nur um ein Feuerwerk? Oh, Mann. Hi. Hauptsache erstmal spektakulär. Nein, bloß nicht. Nein, tu das nicht. Nein. So, zu Hause. Ich möchte jetzt mal nach Hause gehen. Ich möchte mal gucken, was da jetzt los ist. Weil es kann nicht sein, dass unser Zuhause einfach nur als Startpunkt dient. Da muss ja irgendwie auch mehr sein. Du kannst deinem Schicksal nicht entrinnen. Nur weil ich nach Hause gehe, haust du ab? Hat sich nichts geändert. Redet der jetzt mittlerweile? Feuerwerk! Mehr nicht? Wow. Hier ist schon mal nicht viel passiert. What? Okay. 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 Ich greife nach den Sternen. Okay, okay, okay. Ich hätte nichts weiter zu sagen. Nö. Hm. Komischer Kauz, oder? Oh nein, 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 nein. Lauter Kürbissige haben den besten Dominias übernommen. Ich werde ein richtiger, böser Magier will uns mit einer Armee von Kürbissigen auslöschen. So kann ich doch nicht arbeiten. Die kleinen Zauberer. Oh, aber ich muss los. Das ist ja alles so wuselig-gruselig. Okay. So, was haben wir jetzt eigentlich hier? Oh, da haben wir was. Da war ich noch gar nicht drin hier. Kann ich hier irgendwas machen? Nö, hier kann ich auch nichts machen. Kann ich da hoch? Nö, kann ich auch nicht, kann ich auch nicht. Ich kann hier nichts machen. Hm. Gehe nach Sprinten. Warte mal. Hier haben wir die Charaktersteuern. Bestätigen. Bestätigen. Sprechen. Dialoge scrollen. Abbrechen. Zurück. Menüs schließen. Viele Menü. Artefaktausfall öffnen. Gehen. Oder Sprinten. Vöhrige Seite anzeigen. Nächste Seite anzeigen. Vöhrige Seite anzeigen. Nächste Seite anzeigen. Hilfmenü öffnen. Kampfsteuerung. Krieger 1. Starker, schneller Angriff. Spezialtechnik Magie 1, 2, 3. Ah. Okay. Ein Kampf endet, wenn alle Gegner besiegt und Erfahrungspunkte, Lucre und Gegenstände vollständig eingesammelt oder verschwunden sind. Du kannst aus Kämpfen nicht fliehen. Wird ein Gegner besiegt, lässt er Juwelen fallen. Der Charakter, der sie aufsammelt, erhält Erfahrungspunkte. Niederlage. Okay. Starten. Du kannst ein Spiel, einen zweiten Spieler beitreten lassen. Okay. Steuerung für Spiele. Kämpfe ausschalten. Ringringland Teil 1. Ringringland ist ein Minispiel, in dem du deinen Begleiter über ein Spielfeld mit 32 Feldern schicken kannst. Ringringland Teil 3, 4, 5, 6 Minispiele. Okay. Aber zum Spiel selber sagt es mir noch nichts. Also wirklich schlauer bin ich jetzt auch noch nicht geworden. Das ist halt der Vorteil. Früher waren bei den Spielen immer noch Anleitungen dabei. Lass eine Weltkarte öffnen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Begleiter noch da ist oder ob der jetzt verschwunden ist, ne? Ich weiß, dass irgendwo was angegriffen wird. Äh... Nur wo? Hilfe! Interaktion von Elementen. Elementargeister. Mana. Gebiete platzieren. Du kannst Artefakte nur neben vorhandenen Gebieten platzieren. Doch wenn du ein bestimmtes Gebiet nicht genug Abenteuer erlebt hast, kannst du eventuell noch keine Artefakte daneben platzieren. Manche Artefakte kannst du nur neben eine Wasserfläche platzieren. Na gut, das hatten wir ja alle schon mal. Okay. Ein Artefakt platzieren. Uralte Steintafel. Krieg ich dazu irgendwelche Informationen? Nee, ne? Muss eigentlich relativ nah noch an meinem Heim sein, ne? Ach, das ist relativ nah, würde ich sagen. Die Minderstruinen. Nun gut, was uns in den Minderstruinen erwartet, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö. Ich bin euer Trohaut. Tschö, tschö. Untertitelung des ZDF, 2020